hallo leute und herzlich willkommen zurück zum landwirtschaftssimulator wieder mal dabei der darsee ja ich bin auch da ich begrüße euch auch wieder im alpental genau letztes mal haben wir das zweite feld gesehen da unten seht ihr das in der ferne und heute werden wir dieses feld hier mal ernten und mein chef hat mich gerade belehrt dass ich falsch stehe und erst mal in die andere richtung mähen muss genau ja lieber auf die seite von bevor mich über den haufen führt aber nun fährst mich doch immer über den haufen immer diese falsche sagen das ist diese unterstellungen das ist wahnsinn macht das nicht schön da das ja es faszinierend diese verzögerungen die fahrphysik ich bin begeistert heute heißt die folge der mord am chef damit er schon mal bescheid wissen ich gehe ein bisschen zurück man kann nie vorsichtig genug sein bei solchen arbeitnehmern na gut ich schmeiß mich da mal in den deutsch du könntest aber auch schon mal unsere ballen presser holen könnte ich ja mache ich auch ich lasse mal den hänger da stehen und holen die ballen presse bei dem feld haben wir ja wieder richtig und da wir eine schöne ballen presse haben und die nicht kaufen müssen das wird aber gleich hier auch lustig weil hier hinten schöner stein steht super bei der zweiten runde haut das bestimmt auch wegen dem stein nicht hin jetzt ok ja das haben wir in der folgen folge schon festgestellt dass das irgendwie teilweise etwas nicht so gut gelöst ist auf der map vielleicht schauen uns ja da sogar der map besteller zu was ich nicht glaubt kann er sich wenn er uns zuschaut sollte es ändern richtig mein gut dass die map nicht helferfreundlich ist das wissen wir ja also mit helfern das habe ich privat schon mal probiert kann man komplett vergessen die bleiben wahrscheinlich nur hängen und jeder hängen aber hier bei dem feld der fährt auf das zweite feld was uns ja nicht gehört und fährt bis zur straße und dreht erst auf der straße dann okay ja das ist dann nicht sehr produktiv nein nicht unbedingt und ich denke mal wenn man das zweite feld was hier neben ist gekauft hätte könnte das auch der kompletten ernte schaden ja wenn er dann noch mal mit gruber drüber fährt oder mit der sehmaschine ist das nicht so leihwand man ich stelle das ding mal weg ich glaube das steht bis im weg bei der nächsten runde wird es auf jeden fall stören ja falscher knopf erwischt so jetzt aber da fiel mir zwischen der letzten folge und dieser folge vielleicht mal was eingefallen kriege ich eigentlich ein arbeitszeugnis von dir ich war fertig sind ja leistung müssen wir schauen kommt darauf an wie es dich anschließt ja perfekt das möchte ich jetzt nicht kommentieren nicht nett nicht nett bevor ihr was unfreundliches sagt sage ich lieber gar nichts dann weiß ich ja wo ich dran bin da darf man durch den stein durchfahren nein schön das wird ja jetzt richtig lustig hier also lieber mapper bitte entfernt doch bitte hier diese steine weil oder versetzt die hütte dann man kann man es in der anderen richtung machen aber so ist das ein bisschen vorteilhaft oder das feld und zwei meter kürze oder so ja dann wird nämlich auch das stroh nicht auf der straße liegen war auf dem feld ja und ich hätte ein bisschen leichter beim einsamen ja ich weiß wir meckern wieder auf hohem niveau das können die leute ich glaube ja ich sehe mal wieder nichts von lauter bäumen so geht mir das alltäglich aber hoffentlich nicht in echt oder natürlich in echt auch und dann macht irgendwas falsch das mag ja gut sagen wenn ich alles richtig gemacht hätte in meinem leben welches politiker wird 12.000 euro im monat kassiererin und nach zehn jahren in pension gehen ein blöde frage siehst du den mann ballen herumliegen nein stimmt ach so vergisst es vergisst es die brauchte erst einen gab fünf ballen oder so bis der erste hinten rausfällt ich habe noch keinen ballen hier umso besser braucht verkehrten einsammeln die muss ja erst gar nicht weiß nicht jeder fünf pressen bis der erste hinten rausfällt wirklich wobei wir hätten das hier ja eigentlich auch wieder so machen können wie auf der usa map einfach nur so einsammeln ohne kassen aber fehlt uns hier halt das gerät für den ladewagen haben wir ja nicht aber da wir ja schon die presse haben die die ja scheinbar glaube ich sogar zu den standardfahrzeugen gehört auf der map ja weiß ich gar nicht mehr ob die standardmäßig drinnen hatten oder ob wir uns die gekauft haben da bin ich jetzt leicht überfragt war fasziniert ich glaube du bist zu nah fahr mal weiter du bist ja noch nicht voll ich fahr weiter da kann ich das nachträglich korrigieren da seht ihr wieder unser chef ist auch nicht perfekt näher welcher chef ist das schon er ladet aber etwas seltsam ab ja ein bisschen sehr merkwürdig aus ja ungefähr einen halben meter daneben bei bestehende da sind mal auslösen gleich ist es schon leer du darfst fahren 42 prozent haben ja gut das feld ist ja noch ein bisschen also ich denke mal wir werden den auch zwischendurch mal entleeren müssen ist nur die frage wo ja gut weiß ich auch nicht müssen wir dann schauen wenn es so weit ist ja wer sucht der findet oder wird ewig suchen genau aber das setzt ja schon von der usa map kommt dass wir gerne diverse sachen suchen wir sind halt nicht perfekt also auf perfekte stelle ich keinen anspruch wenn ihr was perfektes sehen wollt müsst ihr leider einen anderen kanal suchen aber dass sie sehen wir uns die strecke geschnitten hat hätten wir jetzt nicht gebremst hätten wir ihn weggegeben ja was die noch weit genug weg bitte und er hat die hälfte liegt das nur meiner vorbildlichen fahrweise entgegen weil ich hier abgebremst habe jetzt wirst du jetzt weg gewesen aber er hat gesagt am anfang der folge die heißt attentat auf den schiff ich sehe vor lauter baum gar nichts merkt man überhaupt nicht ich mag die fahrphysik wenn man das so nennen darf sind wir heute wieder gut ja das ist halt wenn man andere spiele spielt wie ein eurotruck simulator und dann landwirtschaftssimulator ist schon ein dezenter unterschied ja außerdem hat unser let's play together ja den untertitel so macht man es nicht bitte nicht nachmachen wir zeigen euch in diesen folgen genau wie man es nicht macht richtig so habt ihr auch einen anreiz wenn ihr das privat spielt es besser hinzukriegen oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht falls ihr genauso gute spieler genauso gute spieler seid wie wir in diesem spiel jetzt würde ich fast sagen ich freue mich auf jede antwort aber die gibt es ja immer ne stimmt es gibt nur die kommentarversion mal gucken wie lange es die noch gibt bis die auch abgeschafft wird naja ich hoffe doch nicht dass kommentare abschaffen oder sonst ist ja ganz langweilig ja wer weiß wer weiß rein theoretisch halte ich bei youtube für alles schon möglich ja das können wir jetzt nicht machen das glaube ich nicht da führen es vorher irgendwelche anderen sachen ein so wie video kommentare oder so schnell quick über die webcam oder sowas ja quick events ja wir werden bestimmt auch demnächst wieder ein neues kanal design bekommen ich denke mal da haben die schon wieder etwas neues im hintergrund was das dann wieder ein bisschen verschlimmt bessert ne aktuell arbeiten sie am neuen player scheinbar ja stimmt ab und zu hat man den ja schon aber für mich ist das aber auch ein typisches beispiel einer verschlimmten besserung also ich finde den nicht unbedingt besser ich bin ja froh dass der dass der mod ich nenne es jetzt mal ein mod dass das was ich drin habe noch immer funktioniert worauf wartest du ja dass die maschine dass die maschine loslegt also ich glaube ich stehe den weg ne also hätte ich doch keine rücksicht drauf genommen hättest mich einfach auf die seite geschoben ich verstehe ja ja weil ich ich verwende ja für youtube einen ich habe es gerade mod genannt ist irgendwie eine erweiterung aber eher dass man automatisch den die player größe auf größe stellt und automatisch in 27p lädt weil das hat der youtube bis heute nicht geschafft dass sie da eine funktion anbauen in welcher also in der man die qualität schon von vornherein festlegt stimmt weil finde ich auch sehr ärgerlich da ist man schon angemeldet und kann sowas nicht irgendwo ablegen unter einstellungen damit man jedes video gleich sieht sondern muss das bei jedem video reintür wirklich neu einstellen ja er merkt sich beziehungsweise merken sich nicht wenn man es einmal wenn man einmal ein video startet und sich das in einem größeren player anschaut merkt sich glaube ich zumindest die player größe aber die qualität nicht ja auch mit lautstärke oder sowas merkt er sich nicht wenn man generell lieber ein bisschen leiser den gesamtton hört wenn das nächste video startet ist es wieder auf 100% also das merken sie sich bei mir schon solange ich im browser nicht schließe ja also bei mir merkt es sich leider nicht naja kann aber auch ein flash problem sein ja gut mag auch sagen wer weiß es kann und so viele sachen liegen hast du schon den lader weil ich bin gleich voll schaust du aus dem fenster raus wenn es fasst ach ich stehe schon bereit aber bleib da stehen ich muss näher ranfahren schade nicht erwischt ja und wir sehen wie der schaut etwas seltsam aus wir schauen uns das an wir schauen uns über den berg da hinten an das schaut schön aus das sieht echt so aus als wenn das komplett drüber geht naja gott sei Dank kann man in dem spiel nichts daneben hauen ja 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 schauen wir uns auch ein bisschen die landschaft an was haben wir denn da hin zum sendeturm sieht so aus gut ich bin schon bei 83% ich fahr mal aus zu lernen wird ich mach mal weiter wenn ich's find nacht 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 wir sollten auch den drescher wieder einschalten warum geht er jetzt nicht ah jetzt will er der wollte nicht der wollte mich dran erinnern wenn der chef nicht da ist kann ich pause machen mhm wenn man den drescher kriegt wieder verkaufen jetzt ehrlich wo muss ich denn das ausleeren äh ja keine ahnung hab ich also bis jetzt auch noch nicht waren wir eben das ist ja da drinnen ist ja scheinbar ein lager muss ich denn wirklich das kann man nicht vorstellen oder ne das das müsste da irgendwo so eine abkippler muss ich da verkehrt reinfahren oder ne das kann ich mir nicht vorstellen dass ich hier rein muss das schaut aber so aus oder ach du schande ja gut du kannst die türen natürlich hier aufmachen noch ja schloss weizen so aus weizen gerste waps ja gut trotzdem kann man keine drehschäme oh oh das würde auf jeden fall wieder ein akt werden jetzt schauen wir mal ob das klappt hehehe sieht schön aus wenn du dann so hinten hoch gehst beim bremsen haben wir eh wir haben Weizen gern gell äh ja Weizen raps war das zweite Feld und äh q nicht o so gut ja ein bisschen durchs dach hehehe das sieht ja sehr schick aus ich glaub unsere maschinen sind für diesen hof zu groß bekommst du drauf hm kam mir gerade so als einfall wie ich das gerade so gesehen hab ich glaub der hof ist nur für so altertymische kleinmaschinen ausgelegt ja aber da braucht man dann wirklich tage um das ding das Feld zu ändern das könnte für ein let's play relativ langweilig wäre ja dann machen wirs lieber bisschen auf unrealistisch ja ist ja schon nett dass wir hier keinen großen rächer eingesetzt haben ja wir hätten noch den Klaus nehmen können aber ja der wär dann glaub ich zu groß gewesen ja stimmt und mit dem kriegst du auf jeden fall bei diesen Feldbegrenzungen doch einige probleme mehr als hier schon mit dem kleinen nee oder ach warum nimmt er das denn jetzt nicht mit was ist bei dir nee ok komm ich wieder weg ach so ich dachte er hätte sich festgefahren ja ich auch fahr und der erste Ballenfeld oooohh Wahnsinn und die nächste Runde ich mag die Felsen hehehe ja ist schön ja hehehe und der kleine da kehrt mir hehehe das hat keiner gesehen hast du eigentlich was von dem Mod oder vielmehr von den Maps gehört die auch Holzfällen mit rein bringen ins Spiel ob das jetzt endlich mal fertig ist oder ob die Projekte eingestammt sind ich hab gar nicht gewusst dass sowas gibt doch es gab es gibt ne Map die hat die ist schon darauf vorbereitet aber den Mod für das Holzfällen scheinbar ist den nie weiter entgekert worden oder ich weiß nicht vielleicht auch komplett eingestellt bleibs gleich mal durch den Bus bist ja bleib ich und steckst aus weil wir haben schon wieder ach super schon wieder soweit den Motor abdrehen oder muss man das bei dem Ding nicht ja ne muss man aussteigen dann ist der Motor aus interessant weil ich hab den Motor ansand achso dann stecken wir uns hehehe ich nicht ok auch dieses Fahrzeug hat scheinbar einen Bug egal oder es liegt an einem neuen Beta an der neuen Beta Version vielleicht hat die ja am Bug mit reingebracht das kann natürlich auch sein ja na gut dann sagen wir mal das war's für die Folge in der nächsten Folge werden wir den Rest von diesem Feld hier ernten vielleicht machen wir dann einen Rollentausch genau also ich trash und achso ich dachte ich mach Pause und du arbeitest nö wen macht der Chefpause nicht der Lehrling hehehe na gut dann bis zum nächsten Mal tschüss ja ich sag auch tschüss ade